Klappe die erste. Und bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ausatmen. Ausatmen. Oh nein, oh mein Gott, erst morgen und die Nacht werde ich hier nicht überleben. Wird sie nicht so freundlich sein und beim Zelt helfen, das wäre ganz reizend. Sicher? Ja. Sicher. Wird sie nicht so freundlich sein? Hey! 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 Achtung! Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, wir sind gerade am Feldaufbau. Ja, schau mal, die Busen heißen. Guten Abend. Guten Abend. Na, was ein Glück, dass morgen ein Bus kommt, ne? Ja. Es wird ganz schön kalt jetzt, oder? Ja. Ich hätte ja ein paar Heißgetränke im Angebot. Ziemlich billig. Ja. So einiges. Oder auch zum selber heiß machen. Campingkocher. Fett für Reißverschlüsse, die klemmen vom Zelt. Ist ja auch gut, wenn man das nachts zumachen kann, nicht? Und das ist jetzt hier der absolute Renner. Schlafsack. Jetzt könnt ihr gleich mal gucken, hier heiß Getränke. Die würfen. Ja. Na denn? Friert euch mal nicht den Hintern ab, ne? Ja, ja. Viel Glück, Ina. Ja. Wollen wir ins Bett gehen? Ja, finde ich auch. Ich bin müde. Komm. Ja, ich bin müde. Komm. Komm. Musik 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 Hier, komm! Scheiße! Was für ein bekloppter Scheiß hier! Oh, diese verdammten Land-Eier-Wege! Scheiße! Was für ein verdammter Kack! Ich hasse Ausleiten! Frust kommt auf, denn der Bus kommt nicht. Du Penner, du scheinst ein Lebenskünstler zu sein. Richtest dich hier in der Bushaltestelle ein. Mit Essen und Trinken. Ja, das erhält den Leib und ist auch ein schöner Zeitvertreib. Du, guck mich mal an. Bist müde? Ja, geht's ja. Dann und wann, ne? Muss ja irgendwie alles gehen, ich meine... Was? Es fährt ein Bus in fünf Minuten? Okay. In der Waden. Sieg mal ein47-jähriger Vahrerin Sieg mal an den Waden. Hashtag es sehr, sehr gut. Zu Leben! Es geht halt immer an der Waden. Und er macht in den Waden. Sieg mal an, sieg mal an. Sieg mal an. Sieg mal an. Sieg mal an. Was? Was war neu? Was war neu? Pssst! Hier, Franz. Nee, nee, das geht nicht. Nee, soll ich mich schon bezahlen, Juma? Ah, scheiß weg. Ich will nicht bezahlen! Ich bin schwerbehindert. Bezahlen tun wir nicht. Halt Sie, will ich noch bezahlen, junge Frau? Ja, aber mein Kind ist schon durchgelaufen. Nee, das klingt nicht so einfach. Sie müssen trotzdem noch bezahlen. Du hast die Klasse ist hinten, habe ich gehört. Stopp! Wir haben hier total lange gewartet, und dann erwarten Sie, dass wir im Haus die Gelbende zu kommen. Einmal! Das geht mir nicht, aber... Wir machen doch nichts! Nein, 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 nein. Arbeiten! 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 Okay, und jetzt gehst du nochmal zurück und... Arbeiten! Arbeiten! So läuft! Die Brau trennt den Berg hoch, stoppelt die Britte! Haltet an! Und haltet hier! Geht gut, ne? Elischa! Ton läuft! Kamera läuft! Penner aus dem Wald, Klappe die zweite. Ähm, 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 okay. Okay, Kamera läuft, gibt keinen Ton. Die Braut bricht zusammen, Klappe die zweite. Kamera läuft. Die Braut bricht zusammen, Klappe die dritte. Kommt jetzt mal was, darf ich endlich loslaufen? Ah, Moment. Nein. Ey, triffst du das? Ja, ich schon wieder. Stell mal die Klappe diesmal scharf, okay? Ja! Komm, komm, komm! So, was machen wir jetzt? Wir können auch jetzt noch schnell eine Szene drehen. Ja. 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 Ja.